Willkommen bei Avenger wieder. So, Start. Okay, mal gucken. Ab geht es. Gut, das Mikro kommt mir mal nah. Profil Norden. So gut, dann lade mal. Wir spielen derzeit die beiden hier, Schnuckelchen und Schnuckel und spielen eine Kampagne. So, da sind wir wieder. Jetzt muss ich aber gucken, wo habe ich eigentlich aufgehört? Wo muss ich hin? Dahin, okay, gut. Ich habe das Ding noch nicht mal berührt. Hat die jetzt irgendwie die Gegenstände Angst vor ihr? Ah, hier ist auch noch was. Gut, und. Dann wollen wir mal. Hier ist noch was. Das hatte ich doch erst betätigt. Hat es das Spiel nicht richtig abgespeichert? Oh, bin ich gestorben. Oh, da lang. Hier. Da, da, da. So. Da schau mal ein kleiner. Gut. Gut. Gut gerettet vor dieser Bomber. Gut. 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 So, hier. So, mal gucken. Oh oh, jetzt bin ich hier abgestürzt. Aber gut, ich bin hier noch gerade so gut gelandet. Okay. Dankeschön. Das war ja nervig gerade, wirklich. Hier ist was. Ja. Du kannst daraus nicht trinken. Ich represented an. Gut, weiter. Leuchtet hier noch irgendwas? Hab ich gerade ein bisschen umgeschaut. Ich drücke immer hier die falschen Tasten, merkwürdigerweise. Hier ist auch noch was. E. Na, dreh dich doch mal richtig hin. Meine Güte. Warum zeigst du Pyrite, wenn du die reale Sache bekommst? Ich sollte weitergehen. Gut, die macht... Habt ihr das alles wieder zurückgekommen? Ähm, auch hier? Das war auf Display A-Day. Du hast nicht einen secreten Weg, hast du? Wurde den Versuch. Na? Na komm, träum woanders weiter. Du hast eine Aufgabe. Ja... Na... Da ist ein Signal... Sieht aus wie eine Festplatte... Ja, ich werde mich verdrücken. Was hast du da, da? Was hast du da? Was hast du da? Wer ist das denn? Gegen den kannst du nicht gewinnen. Das sag ich doch. Man kümmert sich den Hulk drum. Oh, jetzt bin ich wieder Hulk? Oh, krass. Meine Fresse. Wow. Okay. Irgendwas stimmt mit der Steuerung nicht. Ich will hier gerade abbiegen, aber... Problematik ist hier. Ich komm nicht vorwärts. So. Noch ein Leben. Gut. Super. Okay, dann nehm ich... Boah, hallo. Du sollst doch nicht in deine Richtung laufen. Ich glaub die ganze Zeit in die andere Richtung. So. So. Gut. Okay, dann werde ich jetzt... Nein. Da lang. Gott. So. 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 Na? Ja. Der Kampf ist mir echt hardcore. Ja. Der Kampf ist mir echt hardcore. Ja. Was? Krass. Jetzt hab ich ein kleines Problem, weil der ist gerade hier in seiner Drogenphase. So. Krieg ich das hin? Krieg ich das hin? Krieg ich das hin? Ja. Das wird echt ein harter Kampf. So. Gras. Jetzt tun mir aber die Finger weh. Ehrlich gesagt. Ja. Ja. Nicht hängen bleiben jetzt hier. So. Ich bin froh, als es die Grafik hat überhaupt mitspielt. Ähm. Boah. Ich fasse immer lieber nüchtern. Ich muss unbedingt den Gamer Laptop fertig kriegen. Also 1050er Grafikkarte von Nvidia, GeForce, MX ist wirklich hart an der Grenze. Hey, woher sind wir eigentlich?